Withings Move ECG ist die erste analoge Armbanduhr der Welt, die auf Abruf ein Elektrokardiogramm erstellt und so zur Erkennung von Vorhofflimmern, kurz VHF, beiträgt. Move ECG zeichnet in nur 30 Sekunden ein EKG auf, auch dann, wenn Ihr Smartphone nicht in der Nähe ist. Erkennt und trackt Schlaf und Aktivitäten automatisch und erfordert kein Aufladen. Die Uhr verfügt über eine einfache Knopfzelle und hat eine Batterielaufzeit von 12 Monaten. Und so nutzen Sie das Gerät. Laden Sie zuerst die kostenfreie HealthMate-App auf Ihr kompatibles Smartphone oder Tablet und folgen Sie dann den Anweisungen zum Einrichten des Gerätes via Bluetooth. Und so zeichnen Sie Ihr erstes Elektrokardiogramm auf. Sprechen und bewegen Sie sich nicht. Kommen Sie zur Ruhe, idealerweise sitzend, den Arm auf Ihrem Bein oder auf einem Tisch ruhend, ohne Muskelanspannung in Hand oder Arm. Drücken Sie den Seitenknopf und legen Sie Ihre Finger mit sanftem Druck auf die Lünette, den oberen Ring der Uhr. Sie können den Ring auf unterschiedliche Weise umfassen. Wichtig ist in jedem Fall, den Ring gut festzuhalten. Halten Sie diese Position für 30 Sekunden. Das zweite Zifferblatt zeigt den Messverlauf an. Die Messung wird mit einem Vibrationshinweis abgeschlossen. Sie können die Messung mit und ohne Smartphone vornehmen. Wenn Sie Ihr Smartphone bei sich tragen, befindet sich Ihr Smartphone in der Nähe, erscheint während der Messung das EKG Live View Modul in der App. Nach 30 Sekunden erhalten Sie die Ergebnisse. Wenn Sie Ihr Smartphone nicht bei sich tragen, auch ohne Smartphone in der Nähe, können Sie auf dieselbe Weise ein EKG aufzeichnen. In diesem Fall wird Ihnen das EKG Modul Ihre Ergebnisse anzeigen, sobald Sie die HealthMate App zum Synchronisieren mit der Uhr das nächste Mal öffnen. Alle Ergebnisse werden über Bluetooth an die App weitergeleitet, die Ihnen unbegrenzten Speicherplatz zur Verfügung stellt. Wenn Sie die App nach einer Messung öffnen, wird Ihr EKG in einer einfach verständlichen und farbcodierten Übersicht abgebildet. Normaler Sinusrhythmus Ein normaler Sinusrhythmus steht für einen gleichmäßigen Herzschlag. Vorhofflimmern Vorhofflimmern tritt auf, wenn die beiden oberen Herzkammern chaotische Bewegungen ausführen, statt regelmäßig zu pumpen. Die EKG-Kurve erscheint dann als flimmernde Grundlinie. Unklar Ein unklares Ergebnis bedeutet, dass die Aufzeichnung nicht klassifiziert werden kann. Dies kann verschiedene Gründe haben. Möglicherweise lagen die Arme während der Aufzeichnung nicht entspannt und ruhig auf einem Tisch oder die Manschette lag lose um den Arm. Ihre EKG-Signale können Sie mühelos als PDF-Datei an Ihren Arzt weiterleiten. Move ECG ist überdies eine Fitnessuhr mit umfassenden Tracking-Funktionen und der automatischen Erkennung von Aktivitäten wie Gehen, Laufen und Schwimmen. Das zweite Zifferblatt zeigt Ihnen auf einen Blick, wie viele Schritte Sie noch von Ihrem täglichen Ziel entfernt sind. Nach jedem Sync präsentiert Ihnen HealthMate eine aktualisierte Zusammenfassung Ihrer täglichen Aktivitäten. Und Sie erhalten detaillierte Einblicke wie zurückgelegte Entfernungen, verbrannte Kalorien, genommene Treppenstufen und Höhenmeter. Move ECG trackt auch über 30 weitere Aktivitäten mit dem Trainingsmodus. Dieser Modus trackt die Dauer Ihres Workouts, verbrannte Kalorien und Höhenmeter und bietet Connected GPS. Zum Starten Ihres Workouts halten Sie den Seitenknopf gedrückt. Ihre Uhr fungiert dann als Timer, der Ihnen die Dauer Ihres Workouts anzeigt. Über einen weiteren Knopfdruck beenden Sie den Trainingsmodus. Move ECG liefert Ihnen fundierte Einblicke in Ihren Schlaf. Automatisch, ohne Knopfdruck oder Zutun in der App. Sie müssen nur Ihre Uhr tragen, wenn Sie zu Bett gehen. Move ECG analysiert automatisch verschiedene Parameter, welche die Qualität und Quantität Ihres Schlafes maßgeblich beeinflussen. Eine Zusammenfassung Ihrer Nacht mit Wachzeiten und der Dauer von Leicht- und Tiefschlafphasen. Prozentuales Schlafziel, schlafende Dauer, Anzahl der Schlafunterbrechungen. Jeden Morgen zeigt Ihnen die App den aktualisierten Schlafindex der vergangenen Nacht an. Smart Wake Up ist ein weiteres Feature, das Sie zum idealen Zeitpunkt innerhalb Ihres Schlafzyklus weckt. Richten Sie hierzu einfach ein Zeitfenster vor Ihrer gewohnten Weckzeit ein. Move ECG weckt Sie dann über einen sanften Vibrationshinweis während dieses Zeitintervalls. Genau dann, wenn Ihr Schlaf besonders leicht ist. Das war's. Wir hoffen, dass Ihnen die Vorstellung von Move ECG gefallen hat.